Die Temperaturen bis zu 28 Grad im Schatten sorgen in Rijeka, Jugoslawien schon allein für die gute Atmosphäre. Der Kurs in Rijeka ist 4168 Meter lang beim 6. Lauf zur Motorradweltmeisterschaft der 250er Klasse. Die Strecke ist sehr kurvenreich nach Hockenheim, Salzburg und Monza. Ein Kurs, der an die Piloten einen enormen Anspruch an ihr fahrisches Können stellt. Das müsste dem Toni Mang zugutekommen. Er hat ja die letzten drei Rennen in Folge gewonnen. Übrigens einen Sieg weniger als in seinen letzten vier Jahren zusammen. Und seine momentane WM-Führung mit 48 Punkten will er natürlich nach Rijeka ausbauen. Aber haushoher Favorit ist der Weltmeister von 1986 aus Venezuela, Carlos Lavado, auf seiner Werks-Yamaha. Und man sagt ja, dass die kurvenreichen Strecken, wie Rijeka zum Beispiel, der Yamaha sehr entgegenkommen einfach. Und weil die Maschine ein besseres Fahrgestell als die Honda hat. Aber natürlich ist Lavado auch ein exzellenter Fahrer. Hier die Startaufstellung. Seron, Mang, Lavado, Reggiani, Cornu. Erste Startreihe in der zweiten. Wimmer und Rot. Hier im Bild noch einmal Jacques Cornu und Reggiani nebeneinander. Jetzt wird's spannend. Kupplungsstart, wie Sie wissen. Wer ist vorne? Das Feld ganz dicht beieinander. Ich glaube, Pons hat sich abgesetzt auf seiner Honda. Danach, man kann es noch nicht genau... Ja, Sito Pons. Und danach müsste Saron kommen. Saron mit der Nummer 3, Sito Pons mit der 2, Pöt, richtig. Und die rote Maschine könnte der Schweizer Jacques Cornu sein. Man kann im Moment noch nicht erkennen, wo Tony Mang sich platziert hat. Auf jeden Fall hat er einen guten Start gehabt. Sie wissen ja, seit 1987 ist ja der Kupplungsstart eingeführt worden. Also mit laufendem Motor. Ja, Tony Mang an vierter Position. Wimmer an fünfter Position. Ganz erstaunlich, was der Martin hier leistet nach seinem Unfall in Pockenheim. Er hat ja links einen doppelten Unterschenkelbruch. Er fährt also mit einem Spezialstiefel, der mit Luft aufgepumpt ist und so den lädierten Fuß umschließt und schützt. Reinhold Roth auch mit vorne, mit dabei. Nochmal zurück zu Martin Wimmer. Er ist ja noch weiter gehandicapt. Auch sein Mittelhandknochen. Der rechte Hand ist gebrochen. Das heißt, die Gashand kann er auch nicht optimal gebrauchen. Und dazu die nötige Konzentration, um auf die Kupplung nach rechts umzudenken. Er hat sich das Motorrad umbauen lassen. Und wieder zwei Sito Pons vor Jacques Cornu. Zweite Runde. Jacques Cornu hat sich an den zweiten Platz vorgearbeitet, der Schweizer. Er fährt hier auch eine Werkshonda. Er ist einer der größten der Fahrer übrigens. Das bringt auch Probleme mit sich. Allein schon wegen des Schwerpunktes und auch wegen der gebückten Haltung. Vornehmlich in der Geraden ist er etwas im Nachteil gegenüber den anderen Fahrern. Die Strecke verlangt sehr viel von den Piloten an fahrerischem Können. Der Belag ist sehr griffig. Es ist übrigens auch eine Reifenfrage. Die meisten... Toni Mang im Moment an vierter Position. Hinter Jacques Cornu und es führt noch mit der Nummer zwei Sito Pons. Und jetzt in der dritten Runde. Es hat sich noch nicht viel geändert. Es hat sich noch kein Fahrer absetzen können. Das wäre auch zu früh verlangt nach so einer kurzen Zeit. Dominique Serrand mit der Nummer drei an vierter Stelle und an fünfter Stelle. Reinhold Roth mit der Nummer 24. Wir kennen ihn an dem gelben Motorrad mit dem gelben Anzug. Der erste Ausreißversuch von Sito Pons. Aber die Gruppe hat ihn schon wieder eingeholt. Noch einmal zurück zu der Reifenfrage. Es ist immer so ein Vauban-Spiel. Die meisten Fahrer fahren Michelin, Nuretciani und Sito Pons. Mang eben an Sito Pons ganz nah herangekommen. An zweiter Position. Diese Einblendung stimmt nicht mehr, liebe Zuschauer. Toni Mang führt im Moment das Feld an. Vor Sito Pons und Jacques Cornu. Der erste Ausreißversuch des Deutschen. Er will natürlich unbedingt in Rijeka gewinnen. Übrigens, es ist sechs Jahre her, dass er allein das Ziel in Rijeka erreicht hat. Zuletzt 1981. Und wenn er hier auch noch gewinnen würde, wäre das für ihn ein Wahnsinns-Erfolg auch. Genauso wie auch die Salzburg-Ring. Den hat er ja in dieser Saison auch das erste Mal gewonnen. Er versucht sich jetzt ein klein wenig abzusetzen. Die Honda ist ja für ihre hohe Geschwindigkeit bekannt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt etwas höher als die der Yamaha. Dafür ist das Fahrgestell der Yamaha besser. Und an für sich geeignet für diese Strecke. Reinhold Roth im Moment an vierter Position. Er kämpft sich langsam vor. Der Allgäuer, es ist ja seine erste Saison mit einer Werksmaschine. Und er hat jedes Rennen bis jetzt punkten können. Mann, Cornu, ja Reinhold Roth mit dabei. Martin Wimmer, die Nummer sechs. Sie erkennen ihn dann an dem roten Motorrad mit dem roten Anzug. Er hält sich noch etwas zurück, was ich auch sehr vernünftig finde bei seiner noch nicht ausgehaltenen Verletzung. Es wäre für ihn gut, wenn er ein stetiges, ein konstantes Rennen fahren würde. Und Reinhold Roth schiebt sich nach vorne, momentan auf den vierten Platz. Und da sehen wir den Weltmeister von 1986, Carlos Lavado. Ganz dicht an Pons ran, im Windschatten heraus. Aus dem Windschatten heraus überholt er Sito Pons. Man muss zu Carlos Lavado sagen, er hatte sehr, sehr viel Pech in dieser Saison gleich zu beginnen. Ein Sturz in Japan, in Suzuka, beim ersten Rennen Schlüsselbeinbruch. Tja, und danach hatte er an für sich mehr mit der Psyche zu kämpfen als mit seiner körperlichen Konstitution. Das war man von ihm als Fahrer überhaupt nicht gewohnt. Ja, und jetzt die Dreiergruppe an vierter Position, Reinhold Roth. Lavado greift an. Jacques Cornu ebenfalls, Mang in Gefahr. Er wird überholt von Jacques Cornu, von der Dreiergruppe. Nein, Reinhold Roth hat es nicht geschafft. Er fällt wieder hinter Mang zurück. Ich weiß nicht, warum Mang jetzt die Maschine nicht weiter hochziehen kann. Vielleicht hat er die Reifen zu sehr überfordert. Der Abrieb zu groß. Das Risiko zu groß. Vielleicht hat er auch den einen oder anderen Rutscher hinter sich. Wir kommen jetzt in die sechste Runde. Toni Mang zurückgefallen. Wer hat die Führung übernommen? Im Moment noch Jacques Cornu. Er wird gerade überholt von Carlos Lavado aus Venezuela. Der Weltmeister von 1986 zwar noch in Bedrängnis durch Jacques Cornu, dem Schweizer. Und Reinhold Roth an dritter Position. Und Carlos Lavado zieht davon. Hier sehen wir ihn im Bild mit der Nummer 1. Er gibt die Führung nicht mehr ab. Wird verfolgt von zwei Dreiergruppen. Da gab es heiße Positionsbefechte an dritter Position, Reinhold Roth. Das war die nächste Dreiergruppe mit Roth, Reggiani und Cornu. Die zweite Dreiergruppe mit Mang, Zeran und Wimmer. Der ein sehr stetiges, ein sehr sanftes Rennen fuhr, ohne sich jetzt in die Positionskämpfe am Anfang zu verwickeln zu lassen. Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Reggiani. Er fährt eine Aprilia Rotax. Also ein Rotax-Motor. Noch fünf Runden. Und er dürfte mit dieser Maschine eigentlich überhaupt gar nicht konkurrenzfähig sein. Hier wird Mang von Wimmer überholt. Und zwar ganz knapp. Damit, die letzte Runde, damit hat der Mang, der Toni Mang überhaupt nicht rechnen können. Und hier überholt, oh. Positionskämpfe. Roth zusammen. Jacques Cornu. Da geht es ebenfalls um die Plätze. Jetzt wird es noch einmal ganz spannend. Und Glavado unangefochten. Er hat teilweise mit fast sechs Sekunden geführt. Doch dahinter ist es noch nicht klar, wer wird den zweiten Platz übernehmen. Martin Wimmer. Es ist unvorstellbar, dass dieser junge Mann nach 14 Tagen so in Form ist. Nummer 24, Nummer 7, das ist Reinhold Roth und Jacques Cornu kämpfen um die Position, liefern sich ein hartes Gefecht. Und Reggiani hat sich an die zweite Position vorgeschoben. Trotz des Nachteils seiner Aprilia Rotax, die überhaupt nicht mithalten kann mit den Werksmaschinen. Reinhold Roth an dritter Position vor Jacques Cornu. So hart die Positionskämpfe waren um Platz 2, 3, 4. Überlegene Sieger Carlos Lavado vor Loris Reggiani und Reinhold Roth an dritter Position. Vierter Jacques Cornu, fünfter sensationell Martin Wimmer vor Christian Serran und siebter Toni Mang. Da sehen wir noch einmal den Sieger im Bild, Carlos Lavado aus Venezuela. Er scheint sich erholt zu haben. Man muss wieder mit ihm rechnen und jetzt der neue WM-Stand nach sechs Läufen. Reinhold Roth führt wieder mit 53 Punkten vor Toni Mang, Jacques Cornu, Sito Pons, Carlos Lavado und sechster Martin Wimmer mit 28 Punkten. Es bleibt also weiterhin alles offen in der Weltmeisterschaft, in der Motorrad-Weltmeisterschaft der 250er-Klasse.